Bei Jonah Steinig und Gigi Biroffio herrscht dicke Luft. Der Dschungelcamp-Star spannt dem Ex-Bachelorette-Boy wohl seine Liebste Dana Feist aus. Und du, Ehrenmann, hattest nichts Besseres zu tun, als sie zwei Tage nach dem Besuch bei mir auf dem Parukaville-Festival zu klären? Der Ex-on-the-Beach-Star entschuldigt sich wohl nach der Aktion nicht mal. Für Jonah war das Thema dennoch bereits durch, doch Gigi scheint immer noch schlecht über ihn zu reden. Nun schießt der Influencer heftig gegen seinen ehemaligen Kumpel. Trotzdem muss ich mir immer wieder anhören, wie scheiße und fake ich doch sei etc. Gigi reagiert bisher nicht auf Jonas' Vorwürfe.